Hey, ich bin Chris von VR-Nerds.de und das hier ist die zweite Folge von VR-Nerds.TV auf Rocket Beans.TV. Ihr habt uns im Forum gebeten, dass wir etwas mehr auf die Hardware eingehen sollen und das können wir natürlich gerne tun und deswegen haben wir heute hier die HTC Vive, die Oculus Rift, Playstation VR und das HDK2 von OSVR, also das Hacker-Devkit 2 von Razer. Aber da das aber wirklich noch ein Devkit ist, lassen wir es etwas außen vor. Heute können wir aber vielleicht in einer anderen Sendung uns nochmal anschauen. Heute soll es aber um diese drei Headsets gehen. HTC Vive, Oculus Rift, Playstation VR und wir schauen uns jetzt an, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, welches Headset solltet ihr euch vielleicht sofort kaufen und welches Headset vielleicht noch nicht. Das werden wir alles jetzt sehen. Viel Spaß dabei. So, wir beginnen einfach mal mit der Oculus Rift und das Besondere an der Oculus Rift ist nicht das schicke Design und auch nicht das Material, sondern das Besondere für mich ist ganz eindeutig, dass hier Kopfhörer integriert sind. Klingt das erstmal doof? Viele von euch werden denken, oh nee, ich will meine eigenen Kopfhörer verwenden und das kann ich absolut verstehen, so ging es mir am Anfang auch. Aber wenn man das einmal ausprobiert hat, will man es nicht mehr missen. Habt ihr schon mal die HTC Vive ausprobiert? Dann kennt ihr das Problem vielleicht, denn ihr setzt das Headset auf und dann sucht ihr irgendwo eure Kopfhörer. Das ist total unpraktisch und macht absolut keinen Spaß. Bei der Oculus Rift setzt ihr das System einfach auf und seid in der virtuellen Welt. So sollte es eigentlich standardmäßig sein. Wenn wir uns die Oculus Rift weiter anschauen, dann sehen wir hier unten einen kleinen Schieberegler und der ist dafür da, damit ihr die Linsen an euren Augenabstand einstellen könnt. Damit bekommt ihr ein optimales Bild und das Ganze ist halt bei der Rift nicht nur softwareseitig gelöst, sondern auch mechanisch und ihr könnt das hier perfekt an eure eigenen Augen einstellen. Wenn ihr euren Pupillenabstand herausfinden wollt, dann könnt ihr entweder nach Anleitung im Internet suchen, da gibt es so ein paar Vorlagen zum Ausdrucken oder ihr geht einfach zum Optiker und lasst euch euren Pupillenabstand sagen. Denn es ist extrem wichtig, diesen für Virtual Reality Anwendungen zu wissen, denn ansonsten bekommt ihr einfach kein schönes Bild. Wenn ihr euch die Rift aktuell kauft, dann bekommt ihr nicht nur das Headset, sondern ihr bekommt einen Xbox One Controller, eine kleine Fernbedienung, mit der könnt ihr kleine Spiele spielen oder durch das Menü navigieren und die Kamera für das Tracking. Der Xbox One Controller verrät schon mal, irgendwie fehlt im System aktuell was, denn Virtual Reality macht zwar auch Spaß mit dem Controller, aber es ist auch mal cool, frei in der Welt sich zu bewegen und Dinge relativ natürlich zu manipulieren. Das geht mit dem Controller natürlich nicht, aber Oculus hat dafür auch eine Lösung, aber die kommt erst am 6. Dezember auf den Markt. Wir haben sie schon hier, das sind die Oculus Touch Controller und mit denen könnt ihr euch dann relativ frei im Raum bewegen und auch relativ natürlich mit Gegenständen interagieren. Kommt aber erst im Dezember und aktuell ist das System somit, naja, so halbkomplett, denn diese Controller fehlen dem System wirklich. So, kommen wir noch zum Tracking. Ihr bekommt bei der Oculus Rift eine Kamera dazu, die die Oculus Rift trackt. Das funktioniert über kleine Infrarotpunkte, die unterhalb der Schale sind und die Kamera erkennt auch nur diese Infrarotpunkte. Das heißt, wenn ihr nackt Virtual Reality Inhalte konsumiert, kann Oculus das nicht sehen. Der Controller kann aber leider nicht getrackt werden, also der Xbox One Controller und das ist sehr, sehr schade. Aber wenn die Touch Controller im Dezember erscheinen, dann habt ihr Controller, die getrackt werden können und ihr könnt dann frei im Raum agieren. Damit das funktioniert, bekommt ihr auch noch eine zweite Kamera dazu. Das Standard Setup sieht so aus, dass ihr beide Kameras vor euch stellt und auf euch richtet, aber ihr könnt euch auch noch eine dritte Kamera kaufen und die dann hinter euch stellen. Somit habt ihr dann 360 Grad Tracking und könnt euch wirklich so bewegen, wie aktuell mit der HTC Vive auch. Soviel erstmal zur Oculus Rift, jetzt machen wir weiter mit der HTC Vive. Hier seht ihr das System der HTC Vive, bestehend aus dem Headset, zwei Controllern und den Lighthouse Stationen und das Headset selbst hat auch eine Besonderheit, denn es hat eine Kamera hier vorne verbaut. Und mit der Kamera sind theoretisch einfache Augmented Reality Sachen möglich, aktuell gibt es da aber nicht wirklich was. Und zum anderen lässt sich aber die reale Welt in der virtuellen Welt einblenden. Das kann manchmal ziemlich praktisch sein, aber in der Regel benutzen wir das System eigentlich nicht. Also ein Feature, was man benutzen kann, aber was jetzt auch nicht wirklich fehlt, wenn es nicht vorhanden ist. Was ich vorhin schon bei der Oculus Rift gesagt hatte, ist das Problem, dass hier natürlich keine Kopfhörer integriert sind. Da geht ein Kabel aus der HTC Vive raus und da könnt ihr eure eigenen Headphones anschließen. Nicht unbedingt die beste Lösung, aber zumindest eine Lösung. Das Besondere an der HTC Vive ist aber nicht die Kamera und auch nicht das Design, sondern das Tracking System. Diese Lighthouse Stationen werden ungefähr so im Raum aufgestellt, natürlich etwas höher und anschließend kann ein Raum von 4x4 Metern getrackt werden. Das ist sehr beeindruckend und führt dazu, dass man sich relativ frei im Raum bewegen kann. 4x4 Meter klingt erstmal viel, wenn man aber in der virtuellen Realität ist, merkt man auch ganz schnell, dass das doch nicht so viel ist. Aber wie funktioniert das System überhaupt? Ihr habt hier diese Lighthouse Stationen und diese Lighthouse Stationen schießen die ganze Zeit Laser in den Raum. Im Abstrahlwinkel ist so 120 Grad und dadurch ist auch der Tracking Bereich besonders groß, ohne dass ihr einen weiten Abstand zu den Stationen braucht. Und die Laser, die von dem Lighthouse Stationen in den Raum geschossen werden, die werden von diesen Sensoren erfasst. Die seht ihr hier am Controller und auch hier an dem Headset und daraus wird dann die Position bestimmt. Deshalb ist es auch nicht nötig, dass diese Lighthouse Stationen mit dem PC verbunden werden. Eine weitere Besonderheit sind natürlich die Controller und die fühlen sich so an, als ob ihr zwei Stäbe in der Hand haltet. Und das ist besonders gut bei Spielen, wo ihr zum Beispiel eine Waffe in der Hand habt, Pfeil und Bogen oder einen Tennisschläger oder was weiß ich. Da funktioniert das Ganze gut, aber in allen Spielen, wo eure Hände dargestellt werden, ist es etwas merkwürdig, denn so fühlt sich Greifen nicht an und so fühlt sich Aufheben nicht an. Also da wird es dann ein bisschen abstrakt, aber für Spiele, wo ihr zum Beispiel ein Schwert in der Hand habt, da macht das durchaus Sinn und da ist das Design auch wirklich perfekt. Soviel erstmal zur HTC Vive. Jetzt schauen wir uns noch schnell das PlayStation VR-System an. Das Besondere am PlayStation VR-Headset ist eindeutig das Design. Man kann natürlich darüber streiten, ob man das jetzt schön findet, aber es ermöglicht einfach, dass ihr das Headset kaum spürt, wenn ihr es tragt. Natürlich merkt ihr ein gewisses Gewicht, aber wenn ihr mal mit der HTC Vive und Oculus Rift gespielt habt, dann merkt ihr ganz schnell, dass das Headset irgendwann auf der Nase drückt. Das passiert beim PlayStation VR-Headset nicht, denn das Display schwebt relativ frei und wird um euren Kopf gespannt. Also wenn ihr das hier seht, man kann das hier nach vorne und hinten schieben und hier so spannt ihr das Headset um euren Kopf herum. Trägt sich einfach super komfortabel und damit kann man einfach viele, viele Stunden spielen, ohne dass man ein nerviges Drücken nach einer gewissen Zeit spürt. Eine weitere Besonderheit ist natürlich der Controller. Der Controller der PlayStation 4 kann getrackt werden und damit seht ihr auch, wenn ihr ein Spiel mit dem Controller spielt, wo er sich gerade befindet. Das ist super praktisch und das ist mit der Oculus Rift und dem Xbox One Controller leider nicht möglich. Also eindeutig ein Pluspunkt für die PlayStation 4. Das größte Problem, was ich beim PlayStation VR-Headset sehe, ist aber das hier drüben. Die Move-Controller ermöglichen theoretisch, dass ihr euch, naja, mehr oder weniger frei im Raum bewegen könnt, denn der Tracking-Bereich durch die Kamera ist schon sehr eingeschränkt. Aber das Tracking ist einfach bei weitem nicht so sauber wie bei der Oculus Rift und bei der HTC Vive. Das führt dazu, dass ich eigentlich ein großer Fan des PlayStation VR-Headsets bin, aber ich spiele eigentlich keine Spiele mit den Move-Controllern. Die wackeln mir einfach zu sehr, das ist einfach zu unpräzise, das gefällt mir nicht, aber ich kenne natürlich auch die HTC Vive und die Oculus Rift und ich weiß, dass es deutlich besser geht. Ich denke, wenn man die Vergleiche nicht hat, machen auch die Spiele mit dem Move-Controller Spaß, aber ich finde das nicht wirklich toll. Beim PlayStation VR-Headset ist es so, dass uns die PlayStation Move-Controller einfach nicht überzeugen. Der Tracking-Space ist sehr klein und deswegen würden wir nicht empfehlen, ein PlayStation VR-Headset zu kaufen, wenn ihr Bock darauf habt, euch viel im Raum zu bewegen. Die Spiele, die aber mit dem Gamepad gespielt werden können, die sind richtig gut. Zwar sind die großen Namen wie Call of Duty, naja, das ist eher so ein bisschen Marketing, denn das sind dann sehr, sehr kleine Erfahrungen. Aber dennoch gibt es auch viele kleinere und größere Spiele für das Headset, die jede Menge Spaß bereiten. Von daher, wenn ihr Bock habt auf Sofa VR, dann ist eindeutig PlayStation VR eine sehr, sehr gute Wahl. Falls ihr euch viel im Raum bewegen wollt, dann ist die HTC Vive auf jeden Fall der richtige Kandidat. Es gibt viele, 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 viele kleine Spiele, aber dafür kaum Blockbuster. Zumindest fällt mir gerade kein Blockbuster-Titel ein, der die Steuerung der HTC Vive auch wirklich nutzt. Klar, es gibt Elite Dangerous und andere Titel, aber die werden dann auch nur mit dem Gamepad gespielt. Für die Oculus Rift gibt es schon Spiele, die längere Zeit motivieren können, denn Oculus bezahlt Entwickler dafür, dass sie exklusiven Content für die Oculus Rift herstellen. Wenn die Oculus Touch-Controller dann auch auf den Markt kommen, dann ist das System ähnlich gut wie die HTC Vive und bietet wahrscheinlich den hochwertigeren Content. Von daher, wenn wir uns entscheiden müssten, und heute wäre es schon Dezember, dann würden wir wahrscheinlich zu Oculus Rift tendieren. Aktuell eher zur HTC Vive, zumindest auf der PC-Seite. Und bei der Konsole kommt sowieso nur Playstation-VR-Anfrage. Von daher, leichte Entscheidung für alle Konsoleros da draußen, für alle, die alles neu kaufen wollen. Privat würde ich, glaube ich, zum Playstation-VR-Headset tendieren, denn das bringt einfach Virtual Reality ins Wohnzimmer und das ist absolut nicht schlecht. Für die anderen Sachen, weiß ich nicht, braucht man einen Wohnzimmer-PC, wird dann auch recht kostspielig. Ob man das machen will, müsst ihr für euch entscheiden. So, das war's mit dem Theorie-Teil zu den verschiedenen Headsets. Jetzt geht es weiter mit We Are Weekly, den spannendsten Virtual Reality-News der Woche. Viel Spaß dabei. Kabelloses Virtual Reality ist zwar aktuell bereits mit dem Smartphone möglich, doch die Mobile-VR-Erfahrungen hinken doch deutlich den Erfahrungen für den PC oder der Konsole hinterher. Kabelloses Virtual Reality war bisher nur mit einem Rucksack-PC möglich, doch dies könnte sich schon sehr bald ändern. TP-Cast hat in der letzten Woche einen Transmitter vorgestellt, der die HTC Vive und theoretisch auch weitere VR-Headsets kabellos machen kann. Um dies zu ermöglichen, werden die Daten mit einem 60-Gigahertz-Transmitter übertragen und die ersten Tester sagen, dass die Bildqualität und die Latenz nicht spürbar unter der Technologie leiden. Da das Zubehör in Zusammenarbeit mit HTC vertrieben wird und HTC das Unternehmen unterstützt, gehen wir davon aus, dass die Technologie solide Ergebnisse liefert. Am letzten Freitag konnte man das Produkt sogar für das erste Quartal 2017 vorbestellen, doch leider waren nur Vorbestellungen aus China möglich. Wann wir in Deutschland ein solches Produkt kaufen können, ist leider noch völlig offen. Oculus hat in den neuesten Treiber der Oculus Rift Asynchronous Space Warp integriert und senkt damit die Mindestanforderungen an die Hardware deutlich. Mit dem neuen Verfahren muss eine Virtual Reality-Erfahrung nur mit 45 Bildern pro Sekunde gerendert werden und nicht mehr mit 90 Bildern pro Sekunde. Dies führt außerdem dazu, dass auch Menschen, die bereits ein starkes System besitzen, nun den Bildeindruck durch Supersampling und andere Mittel verbessern können, ohne dass das Spiel im Headset zu ruckeln beginnt. Die neuen Mindestanforderungen für die Rift liegen jetzt bei einer GTX 960 und einem Intel i3-6100. In der letzten Woche haben wir auf yearnerds.de einen ausführlichen Testbericht zum neuen Daydream-View-Headset von Google veröffentlicht. Mit dem Daydream-View ist es Google eindeutig gelungen, einen starken Konkurrenten zur Samsung Gear VR auf den Markt zu bringen. Zwar bietet das Daydream-View keine deutlichen Verbesserungen der VR-Erfahrung, aber auch andere Hersteller können Daydream-Produkte herstellen und somit könnte der Daydream-Markt bald sehr groß und relevant für Entwickler und Konsumenten werden. Die PlayStation 4 Pro kann seit der letzten Woche offiziell gekauft werden und wir hatten schon häufiger berichtet, dass Virtual-Reality-Erfahrungen deutlich von der PS4 Pro profitieren können. Aktuell ist es allerdings so, dass einige Spiele wie Rigsbound und Robinson eine deutliche Steigerung mit der PS4 Pro zeigen, während andere Titel, die bereits ein Update erhalten haben, eher kaum von der neuen Technik profitieren. Da die Konsole aber noch ganz am Anfang steht, kann davon ausgegangen werden, dass die Entwickler in Zukunft noch mehr aus der PS4 Pro herauskitzeln können. Im Moment lohnt sich eine Anschaffung der PS4 Pro aber nur wirklich, wenn ihr eine neue PlayStation für PSVR kaufen müsst. Wenn ihr bereits eine PS4 besitzt, dann könnt ihr mit dem Kaufen noch etwas warten. Kommen wir zu den Kurznachrichten. The Climb von Crytek erhält neue Grafikoptionen und somit könnt ihr die Erfahrung deutlich aufbohren, falls euer PC mehr kann, als die aktuellen Mindestanforderungen vorgeben. Ein Fan hat ein Remake zu C&C Alarmstufe Rot 2 gebaut, welches mit der HTC Vive gespielt werden kann. Leider gibt es aktuell noch keinen Download des Spiels, aber die Bilder des Entwicklers versprechen bereits viel. Holoball erscheint am 22.11. für das PlayStation VR Headset und schafft damit den Sprung von der HTC Vive auf die PlayStation 4. Das Spiel verspricht kurzweilige Action mit großer Schweißgarantie. Das war es auch schon wieder mit We Are Weekly für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Wir würden uns darüber sehr freuen und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Ich hab ja auch jetzt bei uns connaiss' euch Video head cabeça 우와! Ich hab die retirer outra- Wenn es euch gespannt hat, Vielen Dank.